So lange genug gefarmt, wir gehen zur Ecktür. Das heißt wir holen uns den ersten Boss, wir probieren es zumindest. Und ich mache mich auf zur Ecktür, ich habe jetzt an Waffen immer noch die Feuerstein-Axt, die Hacke als Werkzeug und ich habe einen Bogen und ich habe mir Feuerpfeile gemacht. Die habe ich mittlerweile und ich hoffe damit zu besiegen ist. 57 Feuerpfeile, schauen wir mal. Die Bestie anrufen, du hast einen Beschwörungsort der Wächter gefunden. Bringe an ihrem Altar das richtige Opfer, damit sie zu dir kommen. Aber nimm dich in Acht, die Wächter sind keine leichte Beute. Also stelle zunächst eine mächtige Waffe her, lege deine beste Rüstung an und iss eine herzhafte Mahlzeit, bevor du es auf einen Kampf ankommen lässt. So, wie gesagt, wir sind jetzt am Altar und hier ist der Runenstein, jage seine Nachkommen steht da. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet, ich erkläre es jetzt. An der Stelle kommt jetzt ein Spoiler. Also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und es wollt selber rausprobieren, dann macht jetzt einen Sprung im Video bis zur nächsten Zeitmarkierung und dann kriegt ihr es nicht raus. 3, 2, 1. Also wir brauchen zwei Hirschgeweihe. Ich habe jetzt drei, einen habe ich schon reingelegt. Und danach geht es ab. Ich habe noch 41 Pfeile. Wollen wir mal. 2, 1. 4, 1. 4, 4, 1. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Nicht genug Energie. Noch 19 Pfeile. Noch 19 Pfeile. Noch 19 Pfeile. Noch 19 Pfeile. Noch 20 Pfeile. Noch 20 Pfeile. Noch 20 Pfeile. Noch 20 Pfeile. Ich weiß nicht was er drauf hat. Noch 20 Pfeile. 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 Muss ich jetzt mal ein bisschen rennen. Noch 20 Pfeile. Noch 20 Pfeile. Noch 20 Pfeile. Noch 20 Pfeile. Noch 21 Pfeile. Noch 21 Pfeile. Noch 20 Pfeile. Noch 21 Pfeile. 조�MPG. Noch 21 Pfeile. So Das hat mir jetzt Die Ecktür Trophäe gebracht Wow Unter anderem und Fleisch Und 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 So hier ist Ein kleiner Freund Glückwunsch Krieger Kehre mit deiner Wächter Trophäe zu den Opfersteinen zurück Und bringe den Göttern ein Opfer Damit sie dir wohlgesonnen sind Okay Das machen wir jetzt auch Wir nehmen noch ein bisschen Holz mit hier Alles was wir schleppen können, nehmen wir mit Und dann gehen wir zum Ausgangspunkt zurück Und bringen Dort das Opfer da So So Wir sind jetzt wieder am Opferstein gleich Und können jetzt hier Unser Opfer darbringen Also hier steht Sein Geweih aus Eisen Ist kein Witz Zerschmettert alles Bergbaum und Kind Seine Rufe klingen wie ein mächtiger Blitz Seine Stimme tönt wie der mächtige Wind Und jetzt hier oben können wir An den Trophäenhaken Hängen Und dann hängt das Geweih Um Ecktür Am Trophäenhaken Und hier steht auch Ecktür Deine Fertigkeiten zu rennen und zu springen sind verbessert Sprung und Ausdauerverbrauch minus 60% Rennen und Ausdauerverbrauch ebenfalls minus 60% Hier wurde die Kraft von Ecktür gewährt Verwende sie, wenn du sie brauchst Dein nächstes Ziel befindet sich im Dunkelwald Begib dich dorthin Erkunde das Gebiet Und birg die dort befindlich verlorenen Schätze und Rohstoffe Der Uralte erwartet dich Wir können jetzt erstmal die Kraft hier aktivieren Von Ecktür Und dann erscheint unten links Ecktür bereit Wenn wir jetzt Auf der Tastatur F drücken Können wir diese Fähigkeit aktivieren Und die ist uns 20 Minuten zu eigen Das heißt wir können jetzt 20 Minuten rumlaufen Und können schneller rennen Und springen Ohne Groß Ausdauer zu verbrauchen Also wir verbrauchen Ausdauer Aber nicht so viel wie vorher Und das ist schon mal ganz cool Damit hätten wir den ersten Gegner auch schon besiegt Und das ist nie Und das ist schon mal ganz cool Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.